Ja, dann können wir auch gleichzeitig mal gucken, ob hier irgendwo eine Himmelsscherbe drin ist. Aber ich glaube nicht, weil sonst würde sie mir angezeigt werden. Ihr tötet fleißig und ich sammle. Das ist echt gut. Wieso brutzest du da eigentlich, Maurey? Was mache ich? Das ist so ein Blitzschlag, den sie ausüben haben. Ja. Schlagen in eine Steckdose gefasst, wa? Ja, ich auch. Ja. Habt ihr nichts gelernt? Oh, ich bin fest. Oh, da liegt jemand. Hm? Gibt es eigentlich keine richtigen Waffen? Was ist das denn hier? So AK-mäßig sowas? Doch, die haben wieder. Ja, auf den Zun, Mama. Die kommen wieder bei bestimmten Fests oder so, wenn die Fest wird abgeklappt. Also eine richtige AK und sowas? Oh, der Hund, ja. Warte mal. Hier und dann. Hier ist ein Zeichen. Hier habe ich kein Zeugen. Kein Zeugen. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Äh? Wir müssen. Wir müssen. Da, da, da greif es. Hier. Ja. Hm. Hm. Müssen wir vielleicht höher in der Hülle? Nein. Wie denn? Ich gehe doch mal rein in die Hülle. Ich glaube, man muss höher. Wir waren doch jetzt oben. Könnte ich ja gar nicht essen mehr, die Hülle. Nein, kannst du auch nicht mehr. Ah, hier, 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 hier unten ist er doch beim Zelt, das ist er. Okay. Wir kommen. Da ist er. König Demok. Ah. 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 So leicht? Er hat eine Hose für mich. Ah, geil. Was? Er hat eine Hose für mich. Endlich. Na dann. Endlich. Ich kann eine Hose anziehen. Für mich ist nichts Gutes drin. Ja. Nix Gutes. Hä? Wo ist deine Hose hin? Das nervt manchmal voll, ne? Was geht denn? Gute? Ja. Ich habe seine Hose. Hahaha. Lach nicht. die ist doch voll geschissen aber das macht nix gibt es eigentlich keine bessere wache ist einmal kommt ihr die person nicht bekannt vor die der sitzt hier sitzt hat noch nicht mit ihm gegessen was nein das wird das wird sie niemals mitbekommen wo bist du jetzt haben wir fertig welche mit sprechen mit guck nie ich sammle auch zwei gold danke für mich war da nichts was hat denn die person da sind die immer noch in deutschland schlückchen des lebens das nämlich gerne an ich brauche noch ein bisschen schlücker feuer stein hier wasser ja in dem auf ja ich bin ich hab ihn flach gelegt was Was? Das war's fast mit mir drin gewesen. 6 Gold. Wow. 2 Gold. Gut. Lass auf zu schreien, ja! Hier. Oh, 2 Gold. Kann ich eigentlich mein Kostüm ein- oder auskennen? Nein, der Rüstung. Müsst ihr hier irgendwas machen? Nö. 2 Gold. Uh. Nicht geteine Arbeit. Super. Wie immer. Scheiße. Was? Verdammte Hacke. Wenn man da hingeht, wo man nicht hingehen soll... 3 Gold. Dann wird man reich. Oh. Nee, das leichte Rüstung. Ich brauch keine leichte Rüstung. Hast du so lange in die Steckdose gefasst? Ja. Ja, ich ne? Ja. Achtung, hier vorne ist auch noch einer. Ist bei uns zauberer. Ja. Ist bei uns zauberer. Ist das bei uns? Ja, dass wir so aussehen werden, wenn wir Steckdose gefasst haben. Ja. 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 Da müssen wir eigentlich hin. Du starrst wieder. Weil das anziehen können. Ich werde mit Fußgut. Guck mir... Guck mir, gag mir. Genau. Guck mir. Guck mir. Huwi gagi giggi, oder wie war das? Auf daa ... Papa! Da hat man sich vor, wie das Händchen. Meine rennt, als hättest du sich in die Hose geschissen. Guck mal. Oder? Die rennt voll komisch mit dem Kostüm. Hm, geht nicht. Wie war das überkackt? Autsch, Autsch, Autsch! Dein Gold! Was wollt ihr? Gib mir dein Gold, Frau. Greif sie bloß nicht an, sonst bist du verrufen. Henn ich? Ja, soll ich dir sagen? Nein, hör doch. Ich soll dir kein Blut vergießen. Liebe nicht. Ja, weißt du, sie sagt, soll ich dir zeigen und dann gleich loslegen? Was machst du? Sie hat nicht mal gewartet wegen der Antwort. Ich bin sowieso gleich tot. Oh, warte. Warte, ich versuch dich wieder zu beleben. Warum? Mein Auchhahnstopp. Ausrüsten. So. Jetzt? Ich glaub, du musst einfach nur auf mich klicken und dann irgendwie wiederbeleiten. Na, wie geht's, Junge? Ja? Hm? Mit E, glaub ich, oder mit F wiederbeleben. Man braucht ja irgendwas davon. Richtig. So ein Wiederbeleben. Warte. So ein Gefüllter brauchen wir dafür. Warte mal. Nee, warte, warte, warte. Ein Gefüllter? Hat man nicht sowas da? Ja. Heilung. Große Heilung. Hab ich nicht. Das hab ich noch nicht. Ich bin so weit zum Laufen. Eins, du musst wegschreißen. Und drei. Kommt da was an? Nee, das ist nur heilen. Du musst wiederbeleben machen, irgendwie. Aber das hab ich noch nicht. Schade. Warte, kannst du das tun? Nee, kann ich auch noch nicht. Mist. Dann muss ich nicht schreien. Regeneration. Ihr teilt ihr Leben, spendet Energie, eure Stabs und heilt euch oder bis zu nahe verbündete Sekunden lang. Nee, das kommt später. Bleibt mal da stehen, wo ihr jetzt leidt. Bleibt mal da stehen, wo ihr jetzt leidt. Und heilt eure... Mh. Und auch nur heilen. Verlebt ihr auf eure Stärke, eure Stabs und verbündete und dem Leben zu schützen. Und so in der Kraft eures Stabs einen Feind und einer Lebenskrankung und blutet durch ihre, eure Verbündung. Na, da kann ich nur heilen. Was ist das? Es entfesset die heilende Energie eures Stabs und lasst euch von euren umgebenden nur Sekunden lang eine Sekunde lang euch oder eine Verbündung zu leben heilt. Ach, es ist alles nur heilen und nicht wieder beleben. Warte mal kurz, wo ihr hier seid. Ja, wir gucken grad. Versucht grad zu euch zu kommen. Ich muss ein bisschen weit sein, aber ist ja auch egal. Na, testet mal. Na ja. So. Mano-Stab. Mal nehmen, anrüsten. Hatte ich ja vorher. Oh, den nehmen wir an, eben. Oh. Oh. Ein bekanntes Gesicht. Ehrlich? Ja. Fertig? Was bist du denn? Vielleicht können wir dir entgegenkommen. Ja. Ja. Vielleicht mehr Gunni, da ist er. So oben bist du noch. Hm? Wo ist sie denn? Sieht da oben. Vielleicht müsst ihr zu euch runterkommen, oder nicht? Ja. Also, bleibt mal da. Ich seh dich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken sollte. Muss man auf M gehen und Maus-Click. Also kommt sie schon. Ach so. Rechte Maus-Click. Dann siehst du sie. Ach. Ist gleich da. Ach, den K. Das sieht man die gar nicht. Krass. Nee, siehst du nicht? Auf der Karte. Äh, auf der links hier. Auf dem Balken oben. Überrenn mich nicht. Oh. Du bist auf einen kleinen Zeh geritten. Oh. Das sind zwei große Zehen. Richtig. Ich habe übrigens jetzt meinen Stab genommen, ne? Zum Kämpfen. Ich. Du bist aber kein Mag-Mage. Man bringt das gar nichts. Nee? Nee. Das Ding hier? Das ist Nag-Kämpfer. Was hier? Brauchst du... ...mehr Schwert und sowas brauchst du, ne? Oh, hier stehen Bossics Strafen dran. Kommt ihr nochmal her? Bossex bestehlen, Enthauptung, Bossex Mädchen anfassen, Kastration, Bossex Beleidigungswanzig, Feitschiebe, Steuerhinterziehung im Käfig zu Wasser lassen, töten einer Faust, das Grab, eine Faust bestehlen, abhacken der Hände, äh, abhacken der Hände, verrat an die Marine, herausschneid in der Zunge, Aua! Der ist doch schon tot, oder nicht? Oder ist das der Schwule? Der mich Schatz genannt hat. Ach, das bist du gar nicht. Ich steh nebendran und warte, weißt du, dabei ist es ne Wache. Meine Damen, wo seid ihr? Hier unten. Toll. Gab es denn hier Schönes? Oh, ne Hose. Oh, endlich ne Hose. Ich hab mal ne Hose. Yay. Ne bessere Hose. Höh. Höh? Höh? Toll, dann brauch ich noch nen Helm, fehlt mir noch. Wenn wir grad hier in der Stadt sind, dann kann ich gleich noch was verkaufen, hier. Hier um der Ecke sind ja Händler. Ähm, ist ja auch irgendwo der Pferd da vorzieht. Muss mal kurz gucken. Warum nicht? Weil ich muss nämlich mein Pferd weiter, ähm. Okay. Ja. Oh, ich will auch nen Pferd. Cancha? Häh? Häh, 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 häh. Hordel dich doch zu uns, mein Schatz. Nee. Das kann man im echten Leben auch nicht. Ich seh, ah. Ich darf halt ja. Wieso ist die? Du, für sechs ist sch- Es gibt Krieg, mein Freund. Nicht so gut, wie ich durchgefreundet, was ist das denn? Aber sie bedeuten auch jede Menge Arbeit für Handwerker wie uns, die Waffen und Rüstungen herstellen. Wir benutzen unsere Hämmer und einen Amboss, um Rüstungen und Waffen zu schmieden. Mit den Rüstungen als Gegenstand. Dafür braucht man eine Menge Metall. Wir durchkämmen die Berge und Höhlen auf der Suche nach seltenen Erzen für unsere Arbeit. Nur mit Rohmaterialien werdet ihr schnell an den Rüstungen stoßen. Das ist, was ich hab. Ach, halt, der muss verkaufen. Darauf könnt ihr wetten. Ein echter Schmied kann seine Metalle lesen, um ihr Potenzial abzuschätzen. Während des Schmiedevorgangs müsst ihr eine Eigenschaft wählen, die am besten zu dem Gegenstand passt. Etwas Zusatzgewicht, eine extra Schaffung... Dort lass ich da. ...um nur einige Beispiele zu nennen. Also ein Bowie-Messer. Nun, der Gegenstand kann noch verstärkt werden, indem ihr härter verwendet. Diese können den Wert und die Qualität des Gegenstandes enorm erhöhen. Natürlich bergen lohnenswerte Unternehmungen immer ein gewisses Risiko. Beim Versuch, einen Gegenstand zu verbessern, könnt ihr ihn zerstören. Seid also vorsichtig. 958. Oh, ich muss mal reparieren. 844. 907. Oh, ich tu was. Wie mehr ist ich? Sachen sammeln, verkaufen. Sachen sammeln, verkaufen. Ja, ich mach da auch. Was heißt also, ich kann nur was mit der Axt anfangen und sowas? Äh, und Biedehänder. Also diesen Ahornstab oder sowas geht gar nichts? Nein. Gehen würde es schon, aber es klingt ja nicht so schön. Oh, hier liegt ein Buch. Dann krieg man mit. Oh, hier ist ein Biedehänder. Soll ich dir den stehlen? Ein Biedehänder. 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 Aber das Navier traut sich an die Truhe da hinten, an die Wertkassette. Mach ich gleich. Das mach ich gleich. Achso, ich hab ja keinen Witzig. Ne, ne, lass mal. Hier sind viel zu viele Dings hier. Sagt man. Ja, die Hose? Witz. Oh, hier ist ein Eingang, ne? Oh, hier hinten ist Schwert, Keule und alles. Gehen, ja. Aber ich finde, ich hab den Pferd-Fuzzi bis jetzt noch nicht gefunden. Ne, den gibt's dir auch noch nicht in größeren Städten. Ja, in größeren Städten, ne? Ja. Jüdenhändler. Zauberungstisch. Koch, gemischte Händler, gemischte Händler. Ich hab Danny gefunden. Aha. Da ist man im Rucksack drinne. Danny. Im Rucksack drinne? Ja gut, Danny heißt er. Gute Faser. Brauch ich die jetzt? Nee, jetzt noch nicht. Aber wisst ihr, was geil ist? Man kann hier seine Sachen einfärben. Seine Rüstung hier, guck. Oh, gut. Aber nur die Rüstung. Also mein Kostüm kann ich leider nicht einfärben. Da brauche ich ein, äh, Dings hier. Pferden des Kostüms, da brauche ich hier, äh, äh. Beim ESO Plus muss ich freischalten. Aha. Widrig. Cool. Oh, ausgerüstet. Kann alles hier einfärben. Ja, aber mein Kostüm, was ich anhabe, kann ich nicht. Ja. Ja, cool. Also ich kann im Prinzip nur die Rüstung einfärben, nicht mein Kostüm. Schade, dass man da das eh nicht missfreischalten muss. Ich hab was repariert. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Dafür stehe ich in meinem Namen. Ich stehe in dir. Das ist ekelhaft. Da ist eine Ziege, guck. Nee. Ich bin dein Gewissen. Das ist schick. Mach's doch zehn. Was ist das? Was ich mach? Bravo, 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 hey. Rückstrich und dann Dance eingeben. Oh Gott. Das ist ein Jahr. Komm mal. Zwei. Ganz zwei. Lass mal gucken, wie ich aussehe. Das gibt's nicht. Gott, meine Tanz ist ja echt beschissen. Die Tanzsanzen würde sich... Meine macht gar nix. Krass. Rückstrich? Ja, hab ich gemacht. Dance. B-A-N-C-E. Ja. Ja. Ach so, nur. Okay, brauchst nicht. Alles gut. Bleib sitzen. Alter. Das ist ja voll schwul. Hey, ich bin so schwul. Machst du mal mein Hintern sehen? Guck mal an. Oh, nee. Also nur, dass Dance geht. Anders geht's nicht. Ich bin der Schönste hier. Ich schau mal meinen Körper. Oh Gott. Nee, geht nicht. Gerade. Wer hat das Spiel entwickelt, sag mal, hä? LeFester. Keine Ahnung. Ja, soll man mit Guck nie noch sprechen? Haben wir doch schon. Was? Musst du noch? Oh. Ja, andere Quest hab ich. Was hab ich denn jetzt denn? Was kann man denn noch machen? Gibt es die spitze Spitze? Sprech den Kapitän Lehn. Aber dann wegge ich weg. Wo? Andere Quest hab ich denn nicht. Da drüben. Also ich hab jetzt gedrehtes Kapitän zerstört. Wenn die Mannschaft bereit ist. Oh, hier ist er. Habt ihr es getan? Können ja mit Irina und Schamal. Und zusammen mit Rügelteile. Das heißt, wir haben auch noch. So. Dann gehe ich einfach mit euch, ne? Ja, das sind diese Tablen-Dings vom Spamster, oder? Sie würden, dass Bosek mich bedroht hat. Und sie werden nicht riskieren, dass eine Forster reinstecken, um mich festzunehmen. Ne, irgendwie nicht. Ich hab doch vorhin gerade gefragt, ob wir die auch haben. Ich hab ne Hose. Ich hab ne Hose. Du hast ne Hose bekommen? Ja. Äh. Du hast sie geklaut. Ja. Ich hab das mit Kapitän-Kalin. Ja. Aber die habt ihr noch nicht. Die Mannschaft der Speerspitze. Ja, richtig. Ihr habt Spitze der Spitze. Spitze der Spitze? Spitze der Spitze der Spitze? Spitze der Spitze, ja. Aber ich geh einfach mit euch. Mal gucken. Also zum Schiff. Wo haben wir denn eigentlich? Oh. Nach eins. Ne. Ja. Nach... Was? Ups. Ja. Schon nach eins. 1 Uhr 3, ja. Sollen wir hier Feierabend machen, oder? Wie du möchtest. Ich werd langsam nieder. Was? Ich werd das machen. Dann kann ich mit meinem Schatz noch ein bisschen feiern. Richtig. Musik hören. Ne, dann machen wir hier Feierabend. Juhu. Feiert ihr denn? Habt ihr mal Geburtstag? Ne, nur einfach nur so. Achso. Ich bin oben. Ey. Was passiert denn mit dem Drache hier? Was macht der denn? Der zittert hier rum. Zittert. Oh. Von mir wackelt der rum, ja. Jetzt. Ja. Der war irgendwie... Und dann machen wir hier Ende. Ja. Wir können ja beim nächsten Ding aufnehmen, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Alles da. Ich schätze. Kann man winken? Mal gucken. Was heißt denn auf... Winken auf Englisch? Weiß ich gar nicht. Weißt du das, Markus? Nee. Reich mir die Hände. Na gut, okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. To wave. Bössi. Na gut, okay. Juhu, gute Nacht.